Musik Alles ist Dunkelheit. Alles ist Kälte. Und damit recht herzlich willkommen zur vierten Folge Let's Play Fan Adventures und diesmal mit der dritten Episode von The Last Door. Und wie ihr vielleicht hören könnt, benutze ich diesmal nicht mein Headset, sondern ein etwas professionelleres Studiomikrofon. Mal gucken, wie es funktioniert. Das ist meine erste Aufnahme mit diesem. Und lassen wir uns überraschen. Wir erinnern uns zurück in der zweiten Episode von The Last Door. Wurden wir am Ende von dem bösen Hausmeister in einen Sarg genagelt und, keine Ahnung, irgendwo verscharrt. Und jetzt sind wir aus diesem wieder erwacht und gucken, wohin uns die Reise jetzt führt. Ich wünsche euch viel Spaß und nicht vergessen, kommentieren, bewerten und abonnieren. Und wir befinden uns in einem Wald. In einem verschneiten Wald. Jeremiah, wir müssen uns unterhalten. Nun, da deine Mutter verschieden ist, müssen Vorkehrungen in Bezug auf deine Erziehung getroffen werden. Ein Mann meiner Position und Verantwortung hat nicht die Zeit, sich um einen jungen Knaben zu kümmern. Gleich morgen früh wirst du nach Schottland abreisen. Ich schicke dich auf das St. Gall-Internat in Aberdeen. Du brauchst dir nicht die Mühe zu machen, mir zu schreiben, da ich nicht die Zeit haben werde, deine Briefe zu lesen. Oh, wie herzlos. Und immer noch in dem Wald. Uns peitscht ein Schneesturm entgegen. Und wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Immer noch keine Briefe für Sie, David. Bitte geben Sie es auf. Wir sind allein. Ich freue mich, euch kennenzulernen, meine neuen Kommilitonen. Und wer ist das? Der? Oh, das ist nur David. Beachte ihn nicht. Er ist ein bisschen seltsam. Interessant. Hallo, ich bin Anthony. Anthony Beechworth. Ich bin im ersten Semester und gerade erst angekommen. Ich hoffe, wir können Freunde werden. Ah, das ist Anthony. Der sich im ersten Teil auf dem Dachboden erhangen hat. Und das ist das Internat gewesen, wo wir im zweiten Teil versucht haben herauszufinden, warum. Und wir sind erwacht. Dem Tod knapp von der Schippe gesprungen. Was? Was ist passiert? Mir läuft es kalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke, dass dies mein Totenbett hätte sein können. Ja, mir auch. An der Wand hängt ein... Mein Kopf dröhnt. Ich fühle mich so schwach und durstig. Wenn ich nicht bald Wasser trinke, werde ich ohnmächtig. Herr, wo bin ich? Augen schließen sich, Ohren werden taub und Stimmen schweigen in der Welt, die die Stille liebt. Und er hält sich den Arm fest. Ihm geht's nicht gut. Wir sind irgendwo in einem Keller. Keine Ahnung. Verlies, Katakomben. Ich befinde mich in einer Stadt. Ist das etwa Aberdeen? Wie bin ich hierher gekommen? Und wir hören im Hintergrund eine schöne Geige. Könntest du mir bitte sagen, wo ich hier bin, junger Mann? Nicht sehr gesprächig. Bohnenkresse zu verkaufen. Kartoffeln frisch aus dem Garten. Na klar, nehmen wir mal etwas Bohnenkresse mit Kartoffeln. Bitte, der Herr. Könnten Sie mir wohl etwas Wasser geben? Hier gibt's keine Almosen, du Lump. Hau ab, wenn du kein Geld hast. Oh, sehr freundliche Gasse. Brunnenkresse zu verkaufen. Ein Karren versperrt die Straße. Solange er dort steht, komme ich nicht vorbei. An der Mauer sitzt ein Bettler in zerlumpte Kleidung. Es scheint in irgendeinem Elendsviertel zu sein. Der junge Mann schläft unter einer schmutzigen Decke. Fleckige und fadenscheinige Laken versuchen in der schwülen Luft zu trocknen. Eine junge Frau, die an Atembeschwerden leidet. Hm. Wo sind wir? Bitte, ich brauche Wasser. Verzieh dich, Trunkenbold. Rauer Ton herrscht hier. Frisches Fleisch. Ein Mann starrt mich aus der Menge heraus an. Etwas an seinem Aussehen erscheint mir seltsam. Oh. Und er ist weg. Gnädige Frau, könnten Sie mir bitte sagen, wo ich mich befinde? Gibt's denn das? Du weißt nicht, wo du bist? Na, am Viertel Old Nicol. Dem dunkelsten und heruntergekommensten Ort der Welt. Aber das ist doch in London. Wie bin ich nur hierher gelangt? Hm. Also wir sind in London. Der Gestank aus der Kanalisation ist ekelerregend. Oh, Wasser. Aus dem Rohr fließt schmutziges, verrustes Wasser. Hm. Na dann, hau rein. Der faulige Gestank des Wassers ist abstoßend. Doch der Durst übermannt mich. Ah. Köstlich. Okay, doch nicht so lecker. Und mittlerweile ist es Nacht. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Es ist gefährlich, nachts in Old Nicol unterwegs zu sein. Ich sollte so schnell wie möglich hier herausfinden. Hier herausfinden. Oh, wir können schneller gehen. Gott sei Dank. Sonst hätte sich die Sache noch etwas hingezogen. Das ist neblig. Typisch für London. Und wir sehen... Ein Büro oder so. Mit einem riesen Bücherregal. Herr Dr. Wakefield ist hier, um Sie zu sehen, mein Herr. Führen Sie ihn herein. Es geht um Ihren Patienten, nehme ich an. Es gibt keine Spur von ihm. Zu seinen letzten Sitzungen ist er nicht erschienen. Ich habe natürlich versucht, ihn zu Hause aufzusuchen. Seine Hauswirtin hat mir versichert, dass er vor Wochen zu einem Ausflug aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt ist. Das Ziel seiner Reise behielt er für sich. Das ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Dann ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Wovon sprechen Sie? Es tut mir leid, mein lieber Freund. Ich kam zum ersten Mal darauf, als Sie mir Ihre Sitzung mit Herrn David schilderten. Ich hoffe jedoch, dass ich mich irre. Und wollte ich Sie nicht ohne Grund beunruhigen. Nun befürchte ich, meine Vermutungen könnten sich bewahrheiten. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die ich zunächst noch überprüfen muss. Ich verspreche, mich sofort mit Ihnen in Verbindung zu setzen, sobald ich etwas Wichtiges in Erfahrung gebracht habe. Bitte, Herr Doktor, es ist von äußerster Wichtigkeit, dass diese Angelegenheit unter uns bleibt. Seien Sie sich meiner Diskretion versichert. Ärztliche Schweigepflicht und so. Kapitel 3 Die vier Zeugen Es ist, als ob ich bereits seit Stunden in diesem Straßengewöhr herumliefe. Der Ausgang aus diesem Labyrinth kann nicht weit sein. Wo geht's denn hier lang? Da. Hörst du sie? Das sind die Krähen, die auf der Schreie der Schwachen und Sterbenden laufen, lauschen. Die auf die Schreie der Schwachen und Sterbenden lauschen. Sie rufen einander. Scheint, sie haben etwas gefunden. Können Sie mir helfen? Es ist so schwierig, sich in diesen Straßen zurechtzufinden. Ich fürchte, ich habe mich verirrt. Können Sie mir helfen? Ja, Verlorener. Ich kann dir die Richtung weisen. Ich habe die Gabe des zweiten Gesichts. Ich kann tief in deine Vergangenheit blicken und deine Schicksalsfaden entwirren. Möchtest du, dass ich meine Augen schließe, auf dass deine geöffnet werden? Ich habe nicht mal einen Penny, um sie zu bezahlen. Geld spielt keine Rolle. Tritt näher zu mir. Der Wanderer. Du hast dich zu einer bedeutsamen Reise aufgemacht, aber du hast diesen Pfad bereits zuvor beschritten. Du folgst deinen eigenen Fußstapfen inmitten eines Feuerrings. Der sterbende Stern. Du hast die Orientierung verloren. Du folgst dem Stern, aber du weißt nicht, wohin er führt. Du denkst, du bist entkommen, aber tatsächlich kommst du näher und näher. Der Schrei. Er fleht dich an zu fliehen. Stumm kreist er deinen Namen, kreischt er deinen Namen. Schneidend. Schmerzhaft. Brennend. Du kennst seine Stimme. Ich verstehe nicht. Was hat das alles zu bedeuten? Ich kann diese Fäden nicht trennen. Das Geflecht deines Schicksals ist zu dicht, Kind. Doch du wirst es verstehen. Oh ja, das wirst du. Mehr kann ich nicht tun. Es ist nicht an mir, dir diese Dinge zu eröffnen. Du musst sie selbst erfahren. Denke daran, dass wir im Nebel nur sehen, was uns am nächsten ist. Der Vogel verbleibt in der Ferne. Wenn du von hier fort willst, musst du dem Pfad des Vogels folgen. Mehr vermag ich dir nicht zu sagen. Entschuldigen Sie mich, ich muss gehen. Du wirst eine Karte benötigen, um deine Schritte zu lenken. Möge das Glück mit dir sein. Mysteriös. In der Ecke steht eine alte, rostige Öllampe. Sie ist leer. Nein, sie gehört niemandem. Du kannst sie gerne mitnehmen, wenn du möchtest. Ich bin mir aber nicht sicher, was sie dir ohne Öl nutzen soll. Na, ist ja egal. Erstmal haben. Auch wenn die Glut aussieht, als würde sie bald erlöschen, ist mir ihre dürftige Wärme willkommen. So, da ist wieder dieser merkwürdige Mann. Halt! Nur Abfälle. Verdorbene Essensreste und alte Zeitungen. Du bleibst mein Reich des Elends. Du bleibst mein Schmuck aus rostigen Nägeln. Du bleibst und schaust mir in die Augen. Ich bin nur der Schatten eines Schattens. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wir folgen erstmal dem netten Herrn, der so schön vor uns flieht. In dieses Haus. Er lockt uns in ein Haus. In ein dunkles Haus. Ah, und war ja klar. Es ist sehr dunkel. Ich wage es nicht weiter zu gehen. Gut, also wir haben eine leere Lampe, also brauchen wir Öl. Öl. Woher kriegen wir Öl? Wir gucken erstmal hier weiter. Ab in den Nebel. Ui. Typisch London. Ich habe mich im Nebel verlaufen. Wenn ich den Weg hindurch finden will, muss ich mich an irgendetwas orientieren. Okay, also da kommen wir noch nicht lang. Dann schauen wir mal zurück. Und gucken mal in die Kanalisation. Ratten. Die Buchstaben scheinen mit öligem Dreck geschrieben zu sein. Da steht Ratten. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Warnung oder eine Feststellung sein soll. Kommt auf die Größe an, ne? An dieser Stelle ist der Abwasserkanal von einer knöcheltiefen Wasserlache überschwemmt. Ölflecken wirbeln auf ihrer Oberfläche umher. Ölflecken. Ich könnte etwas von diesem Wasser mitnehmen. Bräuchte aber einen Behälter, um es aufzubewahren. Gut. Also hier, denke ich mal, kriegen wir das Öl her. Aber wir brauchen erst einen Behälter. Finden wir Mülleinbehälter? Nö, nur Abfälle. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Von hier kann ich sie nicht öffnen. Hm. Gucken wir mal hier weiter. Die Straßenlaterne versucht etwas Licht in die Düsternis zu bringen. Hm. Stücke stinkenden Fleisches liegen auf dem Hackklotz verstreut. Hm. Eine verlassene Fleischerei. Eine Metallplatte ist an der Wand befestigt. Ich denke, es ist eine Art Luke. An einem, an der Mauer befestigten Haken hängen die Überreste eines Pferdes. Sein Blut tropft ab und sickert zwischen die Bodendielen. Köstlich. Ist das ein Rätsel? Oh, anscheinend ja. Eine Flasche. Eine Ginflasche. Sie ist leer. Könnte aber noch nützlich sein. Eine leere Flasche. Hm. Die Apparatur ist alt und baufällig. Es scheint eine Art Filtervorrichtung zu sein. Trotz ihres Zustandes scheint sie erst vor kurzem benutzt worden zu sein. Eine Filtereinrichtung. Eine Filtereinrichtung. Ein gläserner Abscheider. Man kann Flüssigkeiten oben eingießen und Unreinheiten über einen Hahn am unteren Ende ablassen. Ah ja. Okay. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo wir unser Öl filtern oder unser Ölwasser. da filtern können. Und zwar in der Fleischerei. Warum auch immer in der Fleischerei. Oh, die Geige ist schön, ne? Ich habe etwas von dem öligen Wasser in meine Ginflasche gefüllt. Öliges Wasser. Dann lass uns die Pampe mal filtern. Wasser. Ich gieße den Inhalt der Flasche in den Abscheider. Das Öl schwimmt an der Oberfläche. Ich öffne den Hahn und lasse das Wasser ab, bis nur noch das Öl übrig ist. Fertig. Das Wasser ist abgelaufen. Ich fülle die Lampe mit dem Öl. Ich hoffe nur, es reicht, um die Nacht durchzustehen. Ich dachte, das wäre irgendwie noch ein Banner oder irgendwas Wichtiges zum Vorlesen. Gut, wir haben Öl und brauchen jetzt nur noch Feuer, um uns Licht in diesem Haus zu verschaffen, wo der seltsame Mann abgeblieben ist. Hingewandert ist. Vor uns abgehauen ist. Der Feigling. Ja, unsere Lampe brennt. So, dann gucken wir mal. Er war, glaube ich... Ja, er war hier. Er ist hierhin abgehauen. Super, und wir haben Licht. Und ich würde behaupten, hier endet unsere erste Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann!